Willkommen zu den Vivi News und zu der Season 6 bei Vivi. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Job an, und zwar nämlich den nächsten Star Wars Job, wann der stattfinden wird. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die Jobdetails an für die beiden Comic-Jobs, die in nächster Zeit stattfinden werden. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall an, was Vivi auf Discord macht und wie ihr dort auf jeden Fall an Giveaways teilnehmen könnt. Außerdem habe ich eine sehr wichtige Warnung für euch da draußen mit dabei, was das Thema Ledger angeht. Außerdem schauen wir uns auf die Zahlen an, wie viele Gauntlets bis jetzt insgesamt gecraftet wurden. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin Steincapt'n, dein Vivi Ujimi, den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen immer schön den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und wenn du mich supporten möchtest, auch noch das Video liken. Und ja, ihr habt es schon gesehen, heute ist auf jeden Fall eine Menge mit dabei an Content und ich würde sagen, wir starten dementsprechend direkt rein ins Video. So, als allererstes möchte ich erstmal jeden von euch da draußen in der neuen Season begrüßen. Wir sind jetzt mittlerweile in schon Season 6 und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Herzlich willkommen auf jeden Fall an jeden und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall die heutigen News an. Und das erste ist der nächste Star Wars NFT Drop und zwar nämlich von Return of the Jedi. Wir sind ja immer noch im Monat Mai bzw. dem Monat, wo auch traditionell jetzt anscheinend immer sehr viel Star Wars kommen wird. Wir sehen hier an dieser Stelle drei Collectibles und zwar nämlich am Freitag, dem 19. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit. Wir sehen hier einmal schon General Akbar, einmal vorne drauf. Wir werden wahrscheinlich aber noch, wie gesagt, zwei weitere Collectibles sehen. Es gehen manche davon aus, dass wir zum Beispiel Jabba sehen werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir Han Solo sehen werden und auch noch Lea. Das wären jedenfalls zwei Charaktere, die hier noch sehr, sehr interessant wären und die wir meiner Meinung nach so langsam auch mal bekommen sollten. An sich sieht General Akbar auf jeden Fall schon mal von der Grafik gar nicht so schlecht aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was aber auf jeden Fall die anderen Collectibles dann sagen, wie die aussehen. Und du kannst mir sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob du den ganzen Job mitnimmst oder nicht. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Job mal ganz genau an. Und das ist nämlich Fantastic Four Hashtag 65 aus dem Jahre 1961. Das sind einmal die Cover, die wir hier sehen werden. Meiner Meinung nach hier schon wieder ein Comic, was man mitnehmen kann, nicht unbedingt muss. Das Ganze droppt am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit. Und wir haben hier natürlich wie immer auch exklusive Rare wie auch Ultra Rare Cover mit dabei, die ich persönlich jedenfalls gar nicht mehr so schlecht finde. Jedenfalls die Ultra Rare. Ansonsten haben wir hier wieder eine Edition-Auflage von 7500 Stück und wir haben hier die First Appearance of the Accuser mit dabei. Dementsprechend könnte das Comic vielleicht noch etwas besser gehen. Nichtsdestotrotz schauen wir uns auf jeden Fall direkt auch nochmal die Daten von GoCollect an. Die sehen meiner Meinung nach nicht allzu super aus. Wir haben hier eine 9.8, die geht zwar für 4000 Dollar über den Tisch, ist aber aus 2015. Unter anderem haben wir hier aber auch nur vier gegradete Comics. Und dadurch, dass es aus dem Jahr 1961 ist, gehe ich nicht davon aus, dass es hier noch weitere geben wird, die auftauchen werden. Vielleicht wird das momentan für 6000 Euro hier versteigert werden, wenn man eins verkaufen würde, eine 9.8. Aber man muss sich auch ganz klar sein, wie viele gegradete Comics es hier überhaupt gibt. Wenn man nämlich schon mal runter schaut hier, bei einer 9.2 sind es schon 54 und der Preis ist schon direkt auf 825 Dollar gedroppt. Ist natürlich auch nur eine Menge Geld, aber bei den ganzen anderen Great Comics, die wir sonst sehen, ist das einfach sehr, sehr wenig Geld. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall noch den nächsten Mickey Mouse Comic Drop an. Das sind einmal die Cover, die wir alle sehen werden. Das Ganze wird heute um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Für diejenigen, die es jetzt auf jeden Fall noch vor dem Drop sehen, schauen wir uns das Ganze nochmal ganz kurz an. Und das sind wie gesagt hier einmal die Cover, die wir sehen werden. Und das Ganze wird hier an dieser Stelle auch wieder eine Editionlage von 10.000 Stück haben. Und hier ist im Prinzip auch nochmal alles zusammengefasst zu den Covern, was das für eine Hintergrundstory hat und so weit und so fort. Also könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal in Ruhe durchlesen. Das werde ich jetzt nicht hier alles nochmal zusammenfassen, weil das würde ansonsten den Rahmen des heutigen Videos sprengen. Ich packe euch aber auf jeden Fall den Artikel unten rein, dann könnt ihr euch den direkt anschauen. Als nächstes muss ich leider eine Warnung aussprechen, bzw. ich persönlich werde jedenfalls umsteigen vom Ledger auf die Bitbox sehr wahrscheinlich. Denn ja, Ledger macht hier momentan sehr, sehr seltsame Dinge und zwar was das Thema Seed Races angeht. Ich kann euch an dieser Stelle auch auf jeden Fall nochmal hier das Video vom Blog Trainer empfehlen. Packe ich euch unten nochmal rein, da beschreibt er das Ganze nochmal ein bisschen detailreicher, als ich das jetzt hier machen werde. Aber kurz zusammengefasst, worum geht es jetzt hier eigentlich und zwar geht es nämlich hier um ein neues Feature, Ledger Recovery. Das ganze Verfahren, muss man erstmal sagen, ist an dieser Stelle nicht Pflicht, aber es ist eine Option, die man wählen kann für 9,99 Dollar im Monat, wo ich persönlich erstmal sage, warum zum Henker sollte ich das überhaupt machen. Die andere Sache ist, dass Ledger an dieser Stelle eure Seed Races in eine Cloud hochlädt und diese dann wiederum mit drei Unternehmen teilt. Diese haben aber wiederum nur Teile des Seed Races, das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz werden eure Seed Races hochgeladen und für jeden, der eigentlich sich mit dem Thema Ledger ein bisschen auseinandergesetzt hat, der hat immer den Spruch gehört, zeige niemandem deine Seed Races, speichere sie nirgendwo, wenn überhaupt auf Papier aufschreiben oder auch in Stahl machen. Und dementsprechend ist das meiner Meinung nach ein absolutes No-Go, was Ledger hier an dieser Stelle macht. Auch wenn diese natürlich hohe Sicherheitsvorkehrungen haben, ist es hier, dass man die Verantwortung mehr oder weniger abgibt und nicht mehr in der eigenen Verantwortung ist, sondern diese auch teilweise an die Unternehmen abgibt. Für mich persönlich auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Ich werde mir definitiv eine Bitbox holen, auch wenn es hier gute Sicherheitsvorkehrungen geben soll. Momentan ist Ledger einfach meiner Meinung nach auf einem ganz, ganz falschen Weg. Ich werde euch unten auf jeden Fall den Link reinpacken für die Bitbox, für diejenigen, die sich auch dafür entscheiden, jetzt nicht mit den Ledger zu nutzen, sondern lieber die Bitbox. Ja, an dieser Stelle muss ich leider sagen, bin ich da an dieser Stelle sehr enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es geht weiter und wir schauen uns auf jeden Fall jetzt die nächsten Themen an. Als nächstes habe ich auf jeden Fall einen Videoausschnitt aus dem letzten Livestream mit Randy Chavez mit dabei. Und dort war unter anderem auch kurz mal David Yu zu Gast und hat die einen sehr interessanten Kommentar gemacht. Und den würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz an. Hier geht es unter anderem um eine mögliche neue Lizenz. Um, fingers crossed. Hopefully we're going to have, uh, a very good brand releasing this weekend. If we get all the, all the things signed off. It's so hard. We've been working with this IP. 2.7, 2.8, 2.8, 2.9. Wow. It's, it's just getting signed off. Um, I'm real, I told Dan, I, I really do hope we can. We can release it this week. We have to, um, we've been waiting there for so long. Um, it's a very big IP brand. Um, you know, for those people out there who knows it, will know it. Uh, and it's going to be a time. It's the first time I think Phoebe is going to put a time restriction on how long it will be for sale. Oh, like a day or like an hour? Um, because this IP is about to come out, you know, with something quite big. So they want, they want to make sure that this doesn't block the, the bigger picture. Uh, yeah, uh, I've been, we've been working with the, this company for many, many years. I think it must be 2.18, um, uh, or it could be as early as 2.17, um, finally. So that's like four, five years later, right? To, 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 to. The NFTs plan. Hier gibt es unterschiedlichste Vermutungen. Und er hat außerdem gesagt, dass es das größere Picture, also das größere Bild, an dieser Stelle nicht stören soll. Das heißt, dass anscheinend noch irgendein anderes großes Announcement von denen kommt, beziehungsweise irgendein großer Release. Und dass natürlich dieser NFT Release diese ganze Sache nicht in den Schatten stellen soll. Und da sind zum Beispiel zwei Kandidaten sehr interessant, und zwar nämlich einmal Street Fighter mit einem neuen Game. Oder es könnte tatsächlich auch Transformers sein, denn diese bringen nämlich auch bald einen neuen Film raus. Also hier gibt es auf jeden Fall zwei meiner Meinung nach sehr realistische Lizenzen, die wir sehen können. Die sind außerdem sehr, sehr groß. Ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Lizenz hier an dieser Stelle kommen könnte. Ich wäre aber tatsächlich eher für Transformers, obwohl ich auch Street Fighter sehr, sehr gerne sehen würde. Aber wir können uns auf jeden Fall gespannt halten. Ich werde dich natürlich hier aber auf dem Kanal auf blau tun halten, sobald wir dazu irgendwelche Informationen haben, was hier auch für Wii droppen wird. Das nächste Thema ist das Giveaway-Thema. Und zwar wird es nämlich jetzt wöchentlich Giveaways auf dem WiiWi Discord geben. Und dafür müsst ihr eigentlich nichts anderes sein, als an dieser Stelle Tier 2 und wöchentlich auf jeden Fall hier auch den Giveaway-Bot aktivieren. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie das geht. Als LSS müsst ihr ja erstmal hier auf dem WiiWi Discord natürlich joinen. Ich werde euch unten den Link in die Beschreibung packen. Und dann müsst ihr hier auf der Seite unter Announcements Weekly Giveaway anklicken. Und dann kommt ihr hier in diesen Channel und hier habt ihr sozusagen erstmal diese Ankündigung, von wann bis wann das ist. Ihr könnt tatsächlich, wenn ihr jetzt auch noch das Video seht, hier teilnehmen. Das Ganze ist an dieser Stelle noch bis zum 18. Mai verfügbar. Das heißt im Prinzip noch bis morgen, also 24 Stunden habt ihr in etwa jetzt noch. Und dann müsst ihr eigentlich nichts anderes machen, als hier unten drauf zu klicken auf diese Partykanone. Und dann seid ihr sozusagen mit dabei. Ihr seht das jetzt auch schon, Leave Giveaway könnte ich jetzt hier anklicken. Mache ich natürlich nicht, weil ich möchte natürlich dabei sein. Aber so funktioniert das Ganze. Das ist meiner Meinung nach eine sehr coole Sache. Es ist an dieser Stelle anscheinend auch nichts, was jetzt einfach nur einmalig ist, sondern tatsächlich jede Woche passieren soll. Und insgesamt wird es jeweils immer drei Gewinner geben. Passt auf jeden Fall auf, wer euch da schreibt. Und schaut ganz genau nach, dass ihr da nicht auf irgendwelche Scams reinfällt. Denn jeder kann sehen, dass ihr in dem Discord seid und kann dann einfach euch irgendwelche Links schicken. Und so weiter und so fort. Es gibt einfach nicht nur gute Menschen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig an dieser Stelle anzumerken. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall noch an, wie viele wurden denn jetzt insgesamt hier von den Gauntlets gecraftet. Insgesamt wurden bis gestern 2570 Gauntlets gecraftet. Das ist auf jeden Fall eine große, große Menge. Und insgesamt 833 von denen sind mit Secret Rare Eye of Agamotus gecraftet. Also wirklich krass, muss ich sagen. Also hätte ich persönlich nicht damit gerechnet, dass es so viele Gauntlets sind, die im Endeffekt gecraftet werden. Beziehungsweise so viele Leute sind hier an dieser Stelle hier die Sachen burnen. Aber es zeigt auf jeden Fall hier, dass es auf jeden Fall auch eine Menge, Menge Airdrops geben wird. Der Airdrop wird hier an dieser Stelle am 10. Juni dann kommen. Und bis dahin ist auf jeden Fall hier noch Zeit, das Ganze zu craften. Und dementsprechend wünsche ich euch auf jeden Fall hier auch noch viel Glück mit den Mindnummern. Es gibt ja manche, die haben hier auch sehr gute Mindnummern bei dem Gauntlet gezogen. Und ansonsten war es das an dieser Stelle heute mit diesen ganzen Vivi-News. Heute war es auf jeden Fall ein bisschen mehr als sonst. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich auf jeden Fall, dass dir es da draußen gefallen hat. Wenn ja, ich habe mir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.